Yo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Airplayer, seit langem mal wieder. Ja, es hat halt irgendwie so dran ein bisschen gelegen, halt Nullzeit und irgendwie auch nicht so richtig Lust und keine Ahnung. Und ich wollte jetzt einfach mal wieder so ein Video machen und mal sehen, wie es wird. Heute habe ich für euch FIFA 18 Food Draft. Wir gucken uns mal eine Formation an, also eine Aufstellung. Und ja, ich gucke jetzt erst mal. Auf jeden Fall, ich habe gerade richtig Bock auf ein Video. Und ich werde das 4-3-3 nehmen. Und ich werde versuchen, ein Bundesliga-Draft zu versuchen. Aber wie es gerade aussieht, oh, da haben wir den schönen Müller. Jetzt müssen wir hoffen auf ein Ribéry. Leute, wichtig ist mir gerade Bundesliga. Aber das wird gerade irgendwie nicht so. Scheiße, scheiße. Jawohl, Thiago. Bam. So, wir haben ja auch noch die Bank. Also, erst mal ganz gechillt bleiben. Jawohl, Hummels. Bam. Mal wieder kein. Ey, Leute. Vorhin, ich hatte so Glück immer. Die ganze Zeit war irgendwas mit Bundesliga. Und jetzt, ich habe einfach mal so Pech, ne. Ich fange bei der Reservebank mal an. Natürlich nur wieder Schrott bei. Auch wieder nur Schrott. Jawohl, Ski. Vidal. Und es ist ein ZDM. Zack. Und Thiago kommt da rein. Jawohl. Dann denkt das schon mal gut zu Müller und so. Das finde ich sehr gut. Trapp würde gut kommen, weil das... Weil er ist ein Deutscher. Ein Augsburger. Jawohl, Ski. Bam. Link direkt zu Vidal. Jawohl, Ski. Oh. Es gibt die Red. Jawohl, Ski. Ach, da habe ich jetzt schon Vidal. Scheiße, da habe ich nicht aufgepasst. Oh mein Gott. Ich kann ihn noch da einsetzen. Zum Glück, Leute. Ibisovic. Wir brauchen Jalomenko, oder? Ja. Wir hätten... Ibisovic jetzt nicht gebraucht. Obwohl eigentlich schon, weil Müller kein Stürmer ist. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch mal. Oh. 90er groß. Nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Hermann. Jawohl. Rechte Mitte. Brauche ich nix. War nur wieder Müll bei. Aber nix Besonderes. Jetzt kommt noch mal ein Keeper. Jawohl, Ska. 42er Neuer. Auf jeden Fall geil. Bam. Steigt auch gleich wieder die Chemie. Und ich würde sagen, wenn ich die beide jetzt tausche... Bam. Leute, wir haben 100 Chemie. Ich habe echt noch sehr, sehr viele Bundesligaspieler rausholen können. Wir haben 100 Chemie. 86er Rating. Dann ziehen wir mal in den Kampf. Ich werde es sehen jetzt. Aber ich denke mal, mit dem Team und dem Keeper im Tor wird uns nix zu schwer. So. Drei. Zwei. Eins. Let's go. So. Die Zeit seht ihr ja da bestimmt auch. Jawohl. Da haut der Sanchez rein. Und der Müller muss natürlich noch einen draufsetzen. In der 89. Minute. Erste Spiel gewonnen. Wir gehen direkt ins Zweite. Leute, ich habe gerade so Bock auf ein Video, ne? Und zweite Runde. Start. Sanchez, da ist er wieder. Oh nein. Oh, Sanchez kontert. Und nochmal Sanchez. Und wir haben das zweite Spiel wieder einmal gewonnen. Und ja, auf jeden Fall gibt es hier echt gut Geld. So, mal sehen. Vielleicht schaffen wir sogar das Finale. Aber ich glaube nicht. Oh, oh. Direkt Rote und Tor. Leider. Oh. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, wir sind im Finale. Vielleicht schaffen wir es ja. Aber ich weiß nicht. Gegen wen müssen wir? Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht den Namen. Ich glaube gegen Neapel. Oder irgendwie so. Sorry, wenn ich jetzt falsch sage. Aber ich weiß auf jeden Fall, was das für ein Club ist. Und es bleibt spannend. 1-1. Ja, Mann. Skate Red. Ja, Mann. Oh, danke, Mann. Einfach nur danke. Ey, auf der letzten Sekunde. So, wir haben natürlich gewonnen. So, jetzt gehe ich auf Play Again. Jetzt können... Sorry für die scheiß Werbung. So, wir nehmen uns mal einfach eine neue Formation. Und nehmen uns mal ein Bettzimmer mit. Und gehen hier mal raus. Gehen auf Packs. Gehen auf meine Packs. Und öffnen mal ein paar Packs, würde ich sagen. Ein Silberpack. Wem kriegen wir das Schönes? Jose Angel. Und noch viele mehr. Dann ein Premium-Golf-Set. Mal sehen, wer da Schönes kommt. Oh, oh. Peace Check. Oh. Sehr gut. Ich dachte zuerst Lewandowski, Leute. Aber... Nee. Jetzt kommt ein ganz normales Gold-Set. Mal gucken, was da so drin ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Rode. Auch sehr gut, Leute. Was kommt jetzt? Very Players Pack. Okay. Mal sehen. Casillas. Cool. Spanischer Keeper. So. 81er Plus Players Pack. Mal sehen, was wir da so Schickes rauskriegen. Und los. Und? Und? Oh, Casimiro. Ein Realmann Dritter. Supi. So. Dann wieder ein Silberpack. Wir sind jetzt überall mal durchgegangen. Und ja. Der ist scheiße. Aber nicht so schlimm. Noch ein Silberpack haben wir. Oh, ein Tunesier. Extra für dich, Ayub. Tunesier. Ich glaube, das war Indonesien. Scheiße. Ich weiß nicht mehr. Ey, Leute. Ich bin eigentlich so gut in Erdkunde. Aber ich weiß gerade die Flagge nicht mehr. Oh, scheiße. Ich dachte, ein Wetzel mal. Ein Rami. Okay. So, Leute. Dann geht's zum nächsten Set. Noch mein Premium Gold Set. Okay. Oh, Douglas Costa. Nice. Auf jeden Fall, Leute. Wenn euch das gefällt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich für Fooddrafts machen soll. Oh, ich muss gehen, ja. Müde Schule und so. Dann hatte ich noch eine Mandelentzündung. Ich muss um halb eins mein Antibiotikum immer nehmen. Stört voll. Mein Schlaf fackt richtig ab. Aber egal, Leute. Ich stehe trotzdem. Und auf jeden Fall, schreibt mir in die Kommentare, ob euch sowas gefällt. Wenn ja, schreibt mir in die Kommentare, was ich für Fooddrafts machen soll. Ob Real Madrid, ob Barcelona, ob das und das, ob Bundesliga, ob Juventus Turin, ob Dortmund. Und schreibt mir einfach in den Kommentaren, was ihr sehen wollt. Und auf jeden Fall kommt, je nachdem, dann halt der Teil. Und ja, also schreibt halt in den Kommentaren, was ihr halt so sehen wollt. Und ja, je nachdem mache ich dann halt das Video. Und auf jeden Fall werde ich jetzt auf jeden Fall wieder so mit YouTube anfangen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr es gut findet. Wahrscheinlich manche werden auch wieder schreiben, scheiße. Aber ganz ehrlich, das juckt mich nicht. Ich mache es ja für meine Fans und nicht für die scheiß Hater. Ganz ehrlich, ihr geht jetzt an den Hatern. Wenn ich euch nicht gefalle, warum seid ihr denn auf meinem Kanal? Ihr müsst doch nicht rumhaten. Wenn ich euch nicht gefalle, dann jeder hat seinen Geschmack so. Wisst ihr? Und dann müsst ihr auch nicht gleich beleidigen und so. Deswegen, dann müsst ihr einfach nicht meine Videos schauen und dann ist gut. Weil ich habe auch eine Zeit lang deswegen aufgehört mit YouTube. Weil diese scheiß Häterei mich angekotzt hat. Und ja. Na gut, Leute. Auf jeden Fall, das war jetzt erstmal mein erstes Video seit langem wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und ob ihr noch mehr Teile sehen wollt. Und Bundesliga oder Real Madrid. Schreibt es einfach in die Kommentare, ich erfülle euch gerne eure Wünsche. Schreibt mir auch andere Spiele, die ich spielen soll. So wie ich sie habe, beziehungsweise wenn ich sie dann habe, kommen sie. Und auf jeden Fall bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass mal wieder ein Video ankommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vergesst das Liken nicht, wenn ich euch gefalle. Gerne auch abonnieren. Und ein schönes Kommentar hinterlassen. Würde mich freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer AirPlayer ist raus. Ciao, Leute. Ciao, Leute.